Was war das für ein irrer Rennsonntag in Indonesien, liebe Motorsportmagazin.com, Freunde und MotoGP Freaks, die totale MotoGP Eskalation. Wir haben Stürze, Verletzungen, wir haben MotoGP Beef erlebt, wir haben Regen erlebt, wir haben Verschiebungen erlebt, wir haben Schamane erlebt, Blitzeinschläge und noch viel, viel mehr. Was da heute so los war, das Arbeit mal ist in den nächsten Minuten auf. Es gibt einiges zu tun, also starten wir gleich durch. Gehen wir es am besten chronologisch an und beginnen wir am Sonntagmorgen im Warm-up. Da hat die große Schlagzeile Marc Marquez geschrieben mit seinem vierten Sturz an diesem Wochenende. Die ersten drei sind relativ harmlos ausgegangen, das waren Rutscher sozusagen, aber jetzt am Sonntag im Warm-up. Ein ganz, ganz übler Highsider. Einer, den man in der Größenordnung ganz, ganz selten sieht. Also ich kann mich in der MotoGP eigentlich an keinen derart heftigen Highsider mit so einem Luftstand erinnern. Jorge Lorenz in seiner Rookie-Zeit, der hat da vielleicht zwei solche Highsider hingelegt, die ungefähr in dieser Größenordnung sind, aber wirklich ein echtes Monster von einem Highsider. Marc Marquez ist dann sofort aufgestanden, man hat ihm aber angesehen, er steht nicht ganz, ganz sicher auf den eigenen Beinen, wurde dann sofort ins Medical Center gebracht. Erste Diagnose, dort eine Gehirnerschütterung, dann mit dem Hubschrauber in die Hauptstadt der Insel Lombok, weil Landwerk hätte da so ungefähr eineinhalb Stunden gedauert, so viel Zeit hatte man nicht. Also mit dem Hubschrauber dorthin, dort die Untersuchung und die Bestätigung, ja tatsächlich eine Gehirnerschütterung. Und was dann passiert ist, muss man sagen, sehr lüblich von der MotoGP, dass man sich da seit neuestem auch an das eigene Reglement hält, denn der Medical Code gibt eigentlich vor, wenn Fahrer eine Gehirnerschütterung hat, dann kann er nicht am selben Tag noch an der Session teilnehmen und das hat man diesmal wirklich durchgezogen. Keine Schadeerlaubnis für Marc Marquez, ein Startverbot von den Rennärzten und somit muss der am Sonntag im Rennen zusehen. Wie gesagt, sehr schade für ihn, aber definitiv die richtige Entscheidung. Ja, wie geht's Marc Marquez jetzt? Er hat ja gesagt am Sonntagnachmittag, es war ein wirklich heftiger Sturz, im Warm-Up vielleicht der schlimmste, den ich jemals hatte, wenn man es erinnert, er hatte schon ein paar ganz knackige. Mir geht es grundsätzlich gut, aber es wurde entschieden, dass ich nicht fahren soll. Es ist natürlich schade, aber die beste Entscheidung, also Marc Marquez das bestätigt da auch dieses Sentiment, das wir da quasi haben. Wie geht's jetzt weiter mit ihm? Sonst dürfte er nicht schlimm getroffen haben. Der rechte Ellbogen war ein bisschen bandagiert, aber das sollte kein großes Drama sein. In seiner Heimat Spanien, da geht's jetzt zurück, wird's noch ein paar Checks geben. Wenn da jetzt nichts Unerwartetes auftaucht, dann sollte er beim Argentine Grand Prix in zwei Wochen auf jeden Fall wieder dabei sein. Ein paar Tage auskurieren, dann geht's wieder weiter für den MotoGP Superstar. Den Marquez Sturz hatten wir gerade verdaut, da kam auch schon die nächste Breaking News herein. Das MotoGP-Rennen wird verkürzt von 27 ursprünglich geplanten Runden auf 20, also drei Viertel der ursprünglichen Renndistanz. Zuvor war schon das Moto2-Rennen ebenfalls verkürzt worden. Warum ist das Ganze passiert? Das Statement zunächst von der Rennleitung war aufgrund von Track Conditions. Track Conditions, Streckenbedingungen, das kann relativ viel bedeuten. Es ist jetzt mittlerweile halb eins mittags, ein offizielles Statement haben wir immer noch nicht erhalten. Wir haben es aber rausgefunden aufgrund von Statements von den Fahrern, von Teamverantwortlichen. Es ging wieder mal um den Asphalt, muss man sagen. Bei den Testfahrten war es schon so, dass sich der Asphalt aufgelöst hat, dass die Steine einfach durch die Kraft der MotoGP-Berks rausgerissen wurden und so eben zu einer Gefahr für nachfahrende Piloten wurde. Der Streckenteil, der am meisten betroffen war, also das betrifft die Zielkurve dann statt Ziel und die ersten paar Kurven, die wurden neu asphaltiert. Der Asphalt wurde eigentlich von den Fahrern an diesem Wochenende gelobt. Die haben gesagt, das war deutlich besser, aber am Sonntag hat man da Probleme erkannt. Nach dem Warm-Up, nach dem Moto3 hat man gesehen, in der Zielkurve, es ist ja ein Umlegen von rechts auf links und dann noch ein hartes Beschleunigen, also wirklich viel Belastung, die in den Asphalt reingeht. Da ist die Asphaltdecke einfach aufgebrochen de facto, also wirklich Löcher in der Asphaltdecke, fünf bis sechs Löcher, hat Fabio Quartarau gesagt, hat er da erkannt. Und um den Asphalt eben einigermaßen zu schonen zumindest, hat man eben die Renndistanzen für Moto2 und MotoGP verkürzt. Das hat dann im Endeffekt funktioniert für das Rennen. Ganz klar ist aber natürlich, für das nächste Jahr, für 2023 muss da jetzt definitiv eine ordentliche Asphaltdecke her. Dieses Rumeiern mit, da ein bisschen neu asphaltieren, da ein bisschen neu asphaltieren, dann doch wieder Probleme, Steinchen lösen sich da und so weiter. Das ist keine Lösung auf Dauer, das ist natürlich MotoGP würdig. Indonesien super, dass das Land zurück ist in der MotoGP, diese Nation mit dieser unglaublichen Motorradbegeisterung, hat sich auf jeden Fall in den Grand Prix verdient, aber gewisse Grundanforderungen müssen einfach erfüllt sein und da gehört eine ordentliche Asphaltdecke dazu. Aber ich bin mir sicher, dass wir das bis 2023 bis zum zweiten Indonesien Grand Prix in Mandelika dann auch hinbekommen werden. So, Marc Marquez war also raus, das Rennen war verkürzt, dann wären wir eigentlich bereit gewesen, in das Rennen zu starten. Eigentlich, denn das Wetter in Mandelika hatte etwas dagegen. Kurz vor MotoGP-Rennen sind flutartige Regenfälle, start verschoben, die Strecke ist wirklich unter Wasser gestanden, Safety Cover draußen unterwegs, hat sich da wirklich den Weg gepflügt, kann man sagen, durch das Wasser. Es sah lange Zeit wirklich so aus, als würden wir heute kein MotoGP-Rennen mehr sehen. Ich habe ganz ehrlich gesagt nicht daran geglaubt und wer in Navi wirklich an so einer Absage dran war, das ist vielleicht manchen nicht bewusst, aber ein Großteil des MotoGP-Paddocks war auf zwei Charterflieger von der Insel Lombokweg gebucht. Das organisiert die Torne als Promoter normalerweise und die sind um 19 und 20 Uhr Ortszeit gestartet. Das Rennen hat begonnen um 16.15 Uhr, also geendet hat es ungefähr um 17 Uhr und hat man noch ungefähr zwei Stunden bis zum ersten Flieger, also wirklich, wirklich knapp. Hat man auch gesehen, Miguel Oliveira hat sich noch während der Sieger-PK verabschiedet, weil er eben zum Fliegen musste, also viel Luft hätten wir da wirklich nicht mehr gehabt. Gott sei Dank hat der Regen dann nachgelassen und Gott sei Dank haben wir das Rennen erlebt, dass er im Endeffekt auch gut funktioniert hat. Miguel Oliveira, wie gesagt, der hat es am besten hinbekommen auf dieser Strecke, die im Regen einen wirklich überraschend guten Grip geboten hat. Es gibt sicher Probleme, wie gesagt, in Indonesien, in Mandarika, aber die Drainage der Rennstrecke und der Grip im Nassen ist definitiv keiner davon. Miguel Oliveira, der strahlende Sieger, ein überlegenes Rennen gefahren, muss man sagen, hatte ganz geil die beste Pace im Regen. Sehr schönes Erlebnis für ihn, sehr emotionales Erlebnis für ihn, denn er hatte in den letzten Monaten wirklich ein ordentliches Tief zu überwinden. Es ist ihm jetzt gelungen mit diesem genialen Sieg. 25 Punkte hat er geholt, 25 Punkte für Miguel Oliveira, das sind mehr als er in den letzten elf Rennen zusammengeholt hat. Da sind ihm gerade einmal 20 Zähler gelungen und das bedeutet jetzt auch in Verbindung mit dem hervorragenden zweiten Platz von Brad Binder schon in Katar, dass KTM jetzt die Teamwertung und die Herstellerwertung anführt, hatten wir so auch noch nicht. Also herzliche Gratulation an dieser Stelle auch nach Matikhofen und nach Munderfing. Und als hätten wir heute nicht schon genug Drama gehabt, wurde das Ganze noch gegrönt von einem wunderbaren Zickenkrieg. Heute im Angebot die Herren Fabio Quartararo und Jack Miller. Worum geht's? Zweite Runde, Jack Millers Vormarsch vom Startposition 9. Quartararo ist ja auf Pole gestanden, musste zu dem Zeitpunkt schon Miguel Oliveira vorbeilassen. Also Duell und Platz zwei zwischen Miller und Quartararo. Miller geht in den ersten Kurven vorbei, Quartararo kann aber am Ausgang kontern, oder versucht es zumindest, geht aber aber selbst ein bisschen weit, trifft Miller am Bein. Für mich jetzt eigentlich kein allzu spektakulärer Zwischenfall. Miller ist auch vorn geblieben, für mich ein Racing-Incident. Aber Jack Miller hat das ein bisschen anders gesehen. Der war richtig sauer auf Fabio Quartararo und hat da in seiner Medienrunde ein bisschen Dampf abgelassen. Er hat gesagt, er ist mir einfach ins Bein gefahren. Mit Joan Sarko hat er dasselbe gemacht, das ist unfair und ein unnötiges Risiko und ich werde das mit ihm besprechen. Fabio Quartararo ist zu dem Zeitpunkt schon in der Pressekonferenz gesessen, also zu dieser Besprechung ist es bis dahin nicht gekommen. Fabio Quartararo wurde dann eben auch dazu befragt, was Jack Miller gesagt hat und der hat nur gemeint, mir ist es egal, was Jack sagt, mein Manöver war nicht aggressiv, seien er in der Vergangenheit schon eher. Bevor er redet, sollte er sich die Szene noch einmal ansehen. Also zweite Saisonrennen und die Wogen gehen da schon ordentlich hoch. Jack Miller gegen Fabio Quartararo an dieser Stelle. Gerne eure Meinung unten in die Kommentare rein, wie ihr diese Szene gesehen habt. Das war's also von einem hochturbulenten Indonesia-Infabrik. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir hier in der Redaktion. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich wie immer gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, unseren Kanal abonnieren dann bis nach gleich die Glocke, Leute. Dann haltet ihr immer ein Update, wenn es hier auf dem Kanal neue Videos gibt. Von heute war's das von uns. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Bis dann, wir sehen uns bald wieder. Ciao.